Ja, Reser. War a quick up. Close. Willst du euch denn folgen? Wer zeigt mir den coolen Flick? Fenster aufgeschlagen. Ist frei, Conny. Direkt herum. Auch keine Beeren. Ja, Beerenfall ist ja eh nicht. Du kannst durch die Lüftungsschacht einen wieder erwischen. Glaube ich. Ne, da ist ein Schild hinter. Aber manchmal piekt er rechts raus. Ja, Fuß getroffen. Ist weggegangen. Wimsley, du kannst rein. Du kannst rein. Ich hab hier die Drohne. Alles gut. Auf der Treppe ist einer. Pass auf, nicht rumgehen um die Ecke. Conny, stell dich mal so, dass du Richtung Treppe ziehen kannst. Ich markiere hier einen. Yo. Loil. Loil. Das sieht gleich richtig witzig aus, glaube ich, in seiner Killcamp. Yo, der hat mich gedauert. Der steht direkt rechts an dem Schild. Ja. Castle war nicht da. Boah, ich sitze hier auch wie so ein nasser Sack. Kommt da was von hinten? Da sprühen sie gerade hinter uns. Was rum? Ah, okay. Der hatte wieder einen 100er Ping. Links dann Schild einer. Conny, Conny, nimm mal eine Drohne und fahr mal rechts durch den Lüftungsschlitz. Dann kann ich da gucken. Mit der Cam, wenn ich tot bin. Oh, man. Oh, Alter. Seht ihr da komplett offen. Boah, die Waffe ist ja richtig scheiße von mir. Ja, gut. Viel Spaß. Einer ist low. Einer ist low. Okay. Einer war noch direkt hinter dem. Oh, no. Noch einer. Ah, von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten habe ich. Nice. A4 eliminated. Einer ist jetzt auch im Geldraum, also im Wettbüro links. Ja, und Jim auch. Beide. Die war als Anna. Ach, meine Füße sind nur durch die Wand gebackt. Pass auf, dieser links ist was. Ja, keine Ahnung. Ach, ich wurde nur gekript, wenn meine Füße durch die Wand gebackt sind. Das ist ja lächerlich. Sehr schön gespielt. Ai, ai, ai. Direkt links quasi, hinter der Mauer. Schon wieder gedaunt. Die Waffe ist irgendwie merkwürdig. Okay. Rook ist noch im Raum. Bei B. Noi. Rook is inside B. Er kommt eventuell vor, zur Tür. Kann ich nicht sagen. Verletzt. Ja, genau, und da. Und schon wieder, die Waffe ist doch merkwürdig. Komm noch, Alna. Der andere ist in der Tür. Du wolltest da, wo der Frühstaus kam. Nice. Nice. Die Waffe ist irgendwie, irgendwie ist sie kaputt, die Waffe. Ja, gut, es hat auch in die Füße geschossen, sag ich mal, ne? Ja, aber du hast beide gedauert. Hast du auch noch nicht eingesteckt, ne? Na ja, das war nochmal knapp. Alex, denk du in die Richtung, da. Nach links von dir aus. Ich hab das Fenster hier im Weg. Alter, hat alles gebliebt, grad. Soll ich den Raum aufmachen bei dir? War auch wieder gedowned, will ich mir grad sagen. Ja, die Waffe ist Bullshit. Da ist irgendwas kaputt. Ich mach hier auf. Ist er auch gedowned? Schon wieder, ey. Immer nur down. Irgendwas ist da geblüht bei der Waffe. Wieder neben mir. Hilfe. Dashbang geht rein. Hab keine Muni. Was passiert hier? WTF? Was ist das denn alles? Und raus der erste. Die zwei sogar raus. Hier wird irgendwas gelegt. Ja. Ja. Tschüss. Das war der Termit. Einer ist jetzt beim Gym, über den Gym, genau an der Falltür. Ja, wir down, fuck. Das ist die Asch. Peeking advantage, ey. Die hocken im Gym. Kommt jetzt. Kommt jetzt rein. Bis Blackbeard. Ah, zu lang gebraucht. Er ist wieder rausgegangen, glaube ich, da. Er ist, glaube ich, rausgegangen wieder, oder? Gucken wir jetzt. Ja. Nee. Nee. Einfach. Meine Kugeln aus der Waffe. Wee. Termit macht da jetzt auf, Conny. Oh, Blackbeard ist hinter Hof. Ich markiere. Da macht Termit auf. Blackbeard hinter Hof. Nice. Warte, warte. Oben ist noch eine IQ gewesen. Oh, Blackbeard hat mich. Er hängt auf dem Kopf. Er hängt da nicht. Was? Ich habe da jetzt eine Cam für dich. Auch für den Blackbeard. Ja, ich habe es gesehen. Von rechts um dir. Alex, die Drohne kommt rein. Hinter dem Schreiben steht Alex. Hinter der weißen Wand. Immer noch da. Er ist drin. Tür auf dem Blackbeard ist drin. Blackbeard ist drin. Blackbeard kommt um die Ecke. Hab ihn. Oh, nie Achtung. Ich mache hinter dir auf. Weg, weg, weg. Es ist Blackbeard ganz alleine. Ganz alleine. Okay, es ist noch. Ich komme zu dir. Ich spreche für das aus. Hier. Irgendwas. Der Wallbang. Der Wallbang. Er bin einfach Oliver oder Mr. Noob. Zwei Jahre her, da habe ich mir diesen Scheiß erkrankt. Ich musste dir gerade erst vor kurz lange lesen, den Namen. in den Namen gehen. Irgendwas, Conny, wo der ist? Nein. Warte mal, ich habe noch eine Drohne. Ich benutze die mit. Wo war es gegen... Der liegt genau hier am Boden. Ich kann nicht spotten. Doch, jetzt. Ja, ist abgehauen. Zwei sind anscheinend. Einer ist da drin. Einer ist verletzt. Zwei, zwei links, zwei links, zwei links. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ihr schon attackt. Hä? Woll? Woll? Hä? Ich glaube, er war hinter ihm. Ich habe auch am Ende noch mal Panic Knife. Ich glaube, es war richtig geil. Ich habe mal richtig dein Bewegungsmuster erkannt. Tideslap, schießen, mitziehen, es liegt vor mir, messern. Ja, aber du bist in den zweiten jetzt gestorben. Das war ja gerade merkwürdig. Ich habe es auch durch verstanden, wie das jetzt ging.